Hallo und herzlich willkommen zu Skywys Minecraft Survival. Ich habe gerade geschlafen, bevor die Welt aufgebaut ist. So. Was haben wir heute vor? Äh, wir sind Dorfbewohner. Wir sind so langsam. Die Händler, die nicht verkaufen sind. Ich glaube nicht. Aha! Aha! Ja! Amen. 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 Gut, danke. Treppapiers. Das ist das. Jürgen. Jürgen und Papier. Königin wollen. Ein bisschen ab und zu an den Rübeln vorbeilaufen, als die updated werden. Bücher sie hier hin. Komprimierter vor. Oder auch einfach so. Äh, okay. 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 So. Okay. Ja, es waren noch nicht alle ausgewachsen, aber geht jetzt noch so. Gut, da haben wir. Noch ein bisschen geschmeisst. So. Gut, da haben wir. Sollten wir ein Bierchen mit Behutsamkeit finden oder machen? Gut, was haben wir denn heute anhanden? Nein, weder so. Also, wir hatten wirklich ein Bierchen. Kürbis. Danke. Das ist doch. Sehr gut. Das ist doch. Aber wir kommen noch für denne. Ich denke, wir müssen sie haben noch ein Bierchen. Ich weiss noch mal nicht was. Noch ein bisschen verdienen. So. Also, da haben wir jetzt endlich Papier. Da kommen wir. Du bist auch fertig. So, Name Tags wären auch weiter. Oh, das ist so falsch. Ich hätte nicht auch Fanny wählen. Gut. So. So. Du bist die dann. Ich bin hier von denen. Okay. Ja, ja. Jetzt nichts mehr. Zu wenig. Das hier? Willst du nicht? Blau. Ok. Also ich mache etwas Rüeble zum Essen. Ich möchte noch etwas mehr Rüeble abpflanzen. Super Rüeble. Super. Die Bananen habe ich noch so ganz reif. Super. Die Bananen habe ich noch so ganz reif. Da können wir jetzt mal rüeblei Falko schauen. Ah, die sind auch noch nicht weiss. Da brauche ich noch. Ja. Weg. Handel gut doch. So. Goldräubchen haben wir genug. Da reicht es mal für eine Zeit. Dann. Ich glaube ich bin schnell gehen. Name Tag. Wo könnte man die hin tun? Ja wo könnte man die hin tun? Ja. Ja. Wo könnte man die hin tun? Das müsste eigentlich Büro sein. Also Haus Nummer 1. Jetzt wundere welchen Schneemass das Schweizer Kreuzer geholt hat. Ah, 1 und 2. Also ähm. Uh. Das gehört zum Redstone. Mh. 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 So Come here, you know Moment So der Wanderer ist wieder gegangen, eine Flasche für drei, ähm, Fremdton, ähm, falsche Seite her, so, dann, ein bisschen zu essen, ein bisschen grün, vegetarische Zeugs kommt da rein, so, Bücher kommen ins Haupthaus, die verzauberten. So. So. Wut. So. 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 Sprungkraft! Ui! Au, 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 au! Glückwunsch! Komm mal raus! Die kann man nicht lassen! Die geht leider nicht! Tronisch, Tronisch! Die kommt nicht! Die da! Komm mal raus! Komm.. Komm mal raus! ServBRN Spring! Komm mal raus! Komm mal raus! Ich glaube nicht, dass ich die Barsche bin. Jetzt braucht man noch die Bücher und die Federn, oder? Jetzt sollten wir beides haben. Da ist ja nicht mehr 30 Klicks hier, das ist schnell gegangen. Oh, das ist vielleicht ein wenig Föxy. Ja, wir sehen wir noch, oder? Da ist es, wir sehen. Sollte. So... So, Bücherdix, hier bitte. Also ich hätte gerne ganz viele von diesen hier. Einen, wenn ihr euch die Taste drückt. So, so. Ah, da geht jetzt auch nichts. Seid ihr gut. Fertig. Okay. Ja, da frage ich mich jetzt auch, was ich jetzt noch... Da habe ich nicht mehr. Da wollte ich nicht mehr. Da habe ich auch genug. Rückstoss wäre jetzt auch schon noch gut. Zu wenig. Normale Bücher? Warte, ich will nicht mehr. Oder auch nicht mehr. So. Gut doch. Nein. Auch nicht. Ich habe etwas, was ich glaube nicht. Das wollen wir da eintuschen. Die hier. Gut, danke. Und da, da wächst ein Träubli. Okay. Oh, es wächst. Gut. Ja, ja. Das ist gut. So. Wie sieht es denn mit unserer Rüebli Farm aus? Platz haben wir noch. Oh, okay. So. Da ist nochmal ein Zallift. So. so 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 Ich komme um den Geschneusten raus, um die Ernte zu schauen, was los ist. So, tipptopp. Hier war ich wieder ganz. 64, tipptopp. Dann können wir die hier anpflanzen. So, tipptopp. Guck, Guck, Guck. Komm her auch schon wieder klar. Das war's für heute. Ja, das hätte doch mal ein paar Übeln gegeben, da können wir ja auch noch ein bisschen. Bei Kürbis brauche ich glaube ich keine mehr. Jetzt kommt mal ohne, können wir noch leeren. Jetzt kommt mal ohne, können wir noch leeren. So. So. Oh. Noch 30 Sekunden Schnellgang. Müssen wir noch ein bisschen mehr holen. Das ist jetzt zu schnell gegangen mit den Melonen. So. 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 Seid ihr schon wieder bereit zum Duschen? Mal schauen. Rüeble? Ja. Rüeble. Immer noch. Rüeble. 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 Rüble. 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 Sehr gut. Rüble. 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 Gut, da ist die Ecke noch. Jo, viel. Wir auch noch. Was wir noch machen können, ist ein bisschen... ...gewindigkeitsdrag brauchen hier. Moment. Na ja, so halb. So. Woops. 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 So. Gut. Gut. So. So. . Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Good. Oh. 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 Oh.